Der BMW 3er hat den zweiten Beruf der Maki BMW natürlich entscheidend mitgeprägt. Dafür haben natürlich nur alleine die Kunden gesorgt. Seit 1975 haben sich über 12 Millionen Menschen einen BMW 3er gekauft. Damit haben sie den BMW 3er zur erfolgreichsten Baurei im Premium-Segment gemacht. Und für uns war immer klar auch die sechste Generation des BMW 3ers fertig ist hier in München. Und für die Mitarbeiter im Werk München ist dieser Anlauf eine besondere Herausforderung. Warum? Erstens, sie sorgen dafür, dass der neue 3er für die Kunden pünktlich zur Markteinführung am 11. Februar 2012 weltweit zur Verfügung steht. Und zweitens, wir zeigen einmal mehr, dass Automobilproduktion im städtischen Umfeld auch im 21. Jahrhundert möglich ist. Natürlich nur dann, wenn sie modern und nachhaltig ist. Und natürlich, wenn sie modern und nachhaltig ist. Und im Herbst 2012 bereichern wir die 3er Reihe um eine neue Antriebsvariante. Meine Damen und Herren, hier kommt der neue BMW Active Hybrid 3. Meine Damen und Herren, hier sehen Sie die neue BMW Active Hybrid 3. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 8. 8.